Wer hat den Brontowag geschossen? Man, was eine Glanzleistung! Ja, weder. Wer ist der? Ich will nach Hause. Hat Elias ein Bier? Ne. Geht mein bisschen in den Wald nicht so deckt am Stargate. Ja, Ilka, wohin? Ja, zum Frosch, äh zum Stargate bringen, äh... Ja, aber wohin? Ja, ich gewischt. Okay, komm ich mit, ähm, warte, du hast doch erstmal den Ding ab... und wegbringen. Ja, ich will für dich zuhause an, äh, den Team. Alles klar, Kingdom gleich wieder durchmachen. Es ist Kingdom. Haben schon jemal irgendwas Sinnvolles von irgendeinem Spieler von dem? Alter, was ist hier grad für Nebel am Strand? Ich sehe absolut gar nichts. So, jetzt zuhause. Komm, fall doch um, ey, Kevin. Warum geht das nicht? Versuch du immer? Vielleicht ist es noch angewählt, ich bin grad durch nach Hause. Wow. Wir werden jetzt kein Paar beleidigt zu uns so gut. Hanna ist jetzt echt geschafft, zweite Pronto auch noch aggressiv zu machen. Wer wird's da geht auch? Wir. Oh, der Wolf ist ganz schön mitgenommen. Komm, Ilka, wir bringen noch schnell ne Haube. Weil Pronto, es war doch einer zu viel, irgendwie, oder was? Wo ist der Kevin? Wo ist der Parasier? Elias kommt hinter dem Ding. Äh, ich hab noch Respawn-Timer. Ähm, einfach weiter, geradeaus. So, ich geh, äh... Geh doch nicht allein dahin. Hab keinen Sinn. Geh doch nicht. Dann... Kibbel weg, wenn einer mit Kibbel machen. Was denn? Ich hab kein Kibbel. Also soll ich jetzt auf die fliegende Insel kommen, oder was? Nein, die sind schon weg. Die Schätze ging nimmer drauf weg. Polo, du bist mit der Katz viel schneller in der Base. Hol uns mal Kibbel. Okay, warte. Was soll ich für Kibbel machen? Patschi. Patschi? Patschi oder Patschi Rino? Patschi. Ähm, der Kopfstoßer. Konntet ihr mich looten, oder? Nicht. Nicht. Wenn halt die Valhalla-Berge nicht so rum banken würden, wird's auch noch schneller gehen. Ich geh hier Perle ohne. Ich war grad impi. Wo? Ich hab jetzt nochmal 900 rohes Dingsfleisch. Hammelfleisch. In dieses Teil unter der Wüstenhülle, wo man nur mit... Wo man mit Anglerfisch reinkommt, kommt man da als Player so eigentlich auch rein. Ist jetzt schon wieder dieser Wall da. Und kann man da drin als Player so überleben? Keine Ahnung. Was? 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 Wer zu tame, wenn der die einmal Sachen geklaut hat? Und dann wieder in Luft ist dann... Oh. Okay. Ich will nicht nennen. Wollte Pelikan Sachen können? Nein. Ich dachte nur die Polen Mastwack zu klauen. Nee, ist nicht... Bleib unten. Wenn du den Sahelmännlichen hast, dann könnten wir erzüchten von denen. Pole, hast du dir die Kabel in Luft gebracht? Ja, ist schon gedämmt. Dias, dein Wolf ist in der Gaze. Dankeschön. Eben. Wo kommt denn eigentlich mal ne Pizza? Unsere Chemistry-Table kommen grad gar nicht hinterher. Aber was kommt denn hin? Wolf? Ich glaube, wenn irgendwer irgendwas leveln muss, es gibt wahrscheinlich jetzt im Moment richtig gut XP in der Base. Alter! Boah, ich hab nichts! Die anderen da, Dodo Squad, zusammen. Was ist mit dem Wolf passiert? Da war ne Rakete rauf. Ich liebe es wieder nur hoch. Ich guck grad, ob ich Zeit hab dafür. Stell ein Schwein nebeneinander. Passive Heilung aktivieren. Äh, Dustin, bist du jetzt eigentlich auch dabei, ähm, das Turret-Haus oben zu verbessern? Äh, Pole? Äh? Penst du? Ich bin ich! Werde bin ich! Geiles Level, oder MP? Warum soll ich pennen? Nix, alles Glück. Ich dachte, früher wär ich noch bei einmal dabei, ist es eh egal. Ey, wie machst du das? Was? Ah, geil. Was? Ähm, brüllen. Ach, jetzt hört's dir grad aus, wusch. Das geht mit dem Schwein. Ähh, hehh. Hehh. Herrschst du die Katze, da liegt still? Ah, das sind die! Ja. Ich fühle mich die ganze Zeit, wo die Katze für M.O.A. kommt Ich bin grad da mit nach Hause gekommen Ja, was kriegt man, Sepp? Mit der Spitzhäcke oder mit der Axt? Kaktussepp kriegst du mit der Kettensäge aus einem Baum 3000 Kettensäge, oder? Ähm, ja eigentlich auch Klassik-Netz machen Oh, nein, Klassiker-Granate sind aus Aber man kann sie lernen, und nicht Mit dieser Lernen kann es schon, Mr. AG Ich hab sie so gut gelernt Wir müssen halt Propelant herstellen Aber es gibt keinen Grinder, deswegen können wir es nicht herstellen, weil wir kein Propelant herstellen können Impy, willst du die Baumkotze? Ilias, hast du mir jetzt die Schuss geklaut? Ha, verfasst die Schülfer, verfasst Ja, wo sind die Schuss hin? Ganz unten, 14 Stück Die ist High-Level, ne? 85 Das ist ne 3 Und seh ich die nicht? Ah, jetzt seh ich's Ja, Polen, nennen die seine 100 Ok, ich muss das ja los Kann nicht für die mehr Äh, ich häng fast Das ist halt so ein Schwein Ja, ist ja was? Äh, das Schwein ist halt so ein Schwein Ja, aber wieso? Ich häng hier im Das Schwein kannst du mit dem Golem aufnehmen Wurmel? Wurmel Wurmel Echt? Ja Dass es so geprägt ist auf mich Oder Danke Danke Fede Ey, wie lang geht die Session heute? Bist du 23 an? 23 ist 11 23 ist 11 Nee, 25 Ich dachte, du bist es frei Ja, schon, aber Manchmal ist das Brain auch ein bisschen überfordert Manchmal Giga Ey, und Ja, level 40 Ey, noch ein Golem 45 Mein Gott, warum lebt er dann? Was? Dein Golem 45 45 Ja, ne Das muss immer mit dem Paratea kommen Und da müssen wahrscheinlich neue Kugeln rein Und Hier ist der level 15er Wir brauchen Hier oben Ah, 10 Pillar Ich bringe erstmal den Tyler Colleo nach Hause Dann komm ich wieder Ja, dann kannst du das Paratea mitnehmen Deine Seite Ich komm gerade Wo ist der Ketten dann? Du bist doch zuhause Dann nimm das gut Ich bin nicht der gerade Da, wo ich gerade hin bin Da ist er Oh, da komm ich nicht noch Ja, da musst Ich bin ganz weit weg Geh mal Feuerstein farm Wir brauchen keinen Flint mehr herstellen Wir haben momentan mehr als genug Sparkpowder Geh mal normale Steine Okay, dann geh ich nochmal Hinter der Epi Na Na Achja, in den einen Fabrikator Unten darf die Ruhig jederzeit abgebrochen werden Wenn ihr da was reparieren müsst Also Polny, jetzt verstehe ich dich Was du meinst mit Äh, Tyler Colleo follow Ist Mega scheiße Wie lang braucht er? Ich bin gleich da Polny, ja Wie bleibst du da? Das bringt nichts wenn du da so kommst Du musst mit dem Paraseer kommen Ich bin schon lange nicht mehr zu Hause Warte Bleibst du da? Dann geh ich da Paraseer holen Äh, Captain, was bringt es da wenn du da hingehst? Ohne Paraseer Hilfe So, mein Essen ist dabei Ich zock nebenher Bleibst du beim? Ja, warte Ja, da Ich wollte gerade Nachschub herstellen Weil wir haben ja Ich hab mal wieder keine Raketen gesehen Und so weiter Ja, Raketen sind da nur Raketenwerfen Keine Ja, ich hab jetzt noch Sniper Munition hergestellt Weil die war leer Ja, Polny ist, äh, empty Äh, ist safe Ähm, wenn wir Elias, du bist doch in der Base und machst nix Äh, ja Machen tue ich schon was, aber Stell mal ein paar Bruders für die Allgemeinheit, ja Jaja, ich muss nur kurz Ähm, Ilka, wo lang? Äh, da hoch Arobot, Katze, komm Alter, ist der Sabertuch fett Ja, geh, geh du da mal hoch Ich geh mal hier, ich such dir mal Ja, packst du auf Äh, wir sind oben Haben wir eigentlich wieder Gasoline? Ich bin vor ihm Okay, gut Äh, ansonsten ist auch Öl da So, jetzt überlegen wir Pillars hab ich So, okay Ähm, Elias und du kannst, ähm Shadowstick herstellen Hat niemand Der Kibble Ich muss erstmal mich hinschauen Die, die Polars alle graften Danach krieg ich Alles andere auch mal Kibble? Hat Kibble mitgenommen? Hast du gesagt, ich soll ihn mitnehmen? Nein Wer hat die schnellere Baumkatz, der soll zurück Kibble holen Ich bin schon so weit am Rand nicht, dass Aruna fahrt Jetzt geht's nicht mehr, lass ich stehe Ich bin dafür, dass dieser scheiß globale Chat ausgeschaltet hat Schalten da doch aus Ich seh ihn ja nicht nur, wenn ich will Impy, stell dich mit dem Parasamma bitte hin Mhm Ich bin mal ein bisschen weg Ich mach jetzt erstmal die traurende Bohle aus Du kannst die Eier ja erstmal anbrüten Und dann wieder in den Kühlschrank legen Ich hätte das einfach direkt daraus gehauen, oder nicht? Muss ich das einfach hinschmeißen bei dem Inkoporter Huch Huch Nein, nein, einfach hinschmeißen Warten, bis er dreht Aber ein bisschen weiter runter Ich hab mein Aber Du bist dir sicher, dass du mit mir Pinguin-Pulli fahren kannst? Ja, ich weiß nicht Bau, der ist schon Stufe 81 Was ist denn da? Bisschen weiter runter Ey, der ist mega blutig Was macht der? Guck Ilka, ich hab das gesagt Ja Ja, das ist aber Der ist mega blutig, ne? So Der ist rippt Walter? Ja, so kann man ihn vergessen impy Ok Guck' mal Ja, dann mach' mal ne kaputt Ich hole mal in der nächsten Session da nicht um, Terry. Ich bin jetzt in der Lage, den Rex hat mich zu tun. Wer hat getroffen? Irgendwie, warst du das? Mhm. Aber jetzt glaube ich nicht. Nee. Katze vor uns! Ich höre irgendjemand was schießen in der Hälfte dabei. Er hat uns ab... Oh, Ketten. Ja, ich weiß die Struktur nicht. Ein 50er Thieler, weiblich. Thaim oder nicht Thaim? Nein. Vlog dann wieder zu mir. Ja. Fähchen, wie viel Pipolen hast du euch herstellen? Stell einfach mal ein paar her. Ja. Wir kommen noch runter mit dir da. Pack's in deinen Tresor, damit, äh, jeder sich mitnehmen kann. Dann kannst du oben Shattlestick mit der Pialien reinschmeißen. Und Tühläuter an die Sättel herstellen. Du schießt ihm hier, ich renne dann weg mit ihm. Walter, gib Bescheid, wenn du da bist. Welches zuerst? Weiter vor. Dann hat sich wieder ihn gebuddelt. Geh, Nuna. Also, Penguins mal. Ja. Pony, steck mal ab kurz. Teil ich zuerst durch? Ja, bin durch. Ja. Ich habe jetzt niemanden gesehen. Ja. Wer reiht in Position? Ich bin einfach mal hier oben und guck, ob's da geht. Ja. Muss ich deutlich mit dir mit? Aber ich soll die Leute nicht anschießen, sobald sie rauskommen. Die letzte Schuss. Wo ist das, Tühlä? Wo keins hat gehört? Ich find's nicht. Gap Gas, Gap Gas, Gap Gas. Gap Gas Gas Gas. Gut, bleibst du? Das war nix. Letzter Schuss. Ich hab noch. Ich hab noch. Ich hab noch. Wie heißt, was machst du? Jo, das war nix. Oh oh. Ich denke, das muss sitzen. Ich hab noch einen Schuss. Nö. Der war oder? Nö. War gar keiner. Ich hab noch einen Schuss. Der war auf die andere Seite. War der? Gap Gas, Gap Gas. Gut, bleib so. Oh Tüa. Tja Süßes Ding Der hat locker noch einen Schuss gebraucht Welche scheiß Gesäße Ich hab ihm gedacht ja ok der fällt da nicht runter so wenn ich sie setze Fähchen wir brauchen neue Munition für die Kanone Kann ich machen wenn ich wieder zuhause will Ich bin da rein ich kann mal schauen ob ich das machen kann Einfach alle Brauchst du doch was ab? Ich krieg nichts mehr Wollt mich Soll ich dann zurückschwimmen? Ja Also zu dir zurückschwimmen wollte Man kann ja nicht mehr in die Basel laufen Weil nichts an seinem Platz steht Stau am Tor Wie oft muss man noch rufen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich hab Holz gefarmt, ich hab Stein gefarmt, äh ich war, ja irgendwas hab ich noch gefunden. Ich hab noch seltene Blumen gefehlt. Ähm, Ilka? Hallo. Warte. Ja, was hast du gefarmt und oder getamed heute? Alles. Ich hab alles gemacht. Ah ok, schon weg. Einmal alles. Oh, scheiße. Ich glaub ich war echt bei allen eigentlich, ne? Wir haben Rocco lang getamed. Ich bin jetzt in den Tage gegangen. Malte. Warte, Kibbel die Spülle. Mit Mammoth in der Zumpföl. Ja. Malte. Polifam. Zumpföl. Malte. 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 Wo bist du? Soll ich erstmal Zementpaste abbrechen? Weil davon haben wir so viel, ey. Auf der einen Insel direkt am Wasser es könnte sein, dass ich gleich auch ertrinker. Wir müssen erstmal wieder Gunpowder machen. Wir müssen erstmal wieder Gunpowder machen. Wie wär's wenn wir am Ende der Session eigentlich immer so die Fabrikatoren uns so leeren? Damit dieser Abschieße kommt. Nein. Das einzige was am Abend geleert wird ist der Kibbeltisch, weil der wird jedes Mal umgebrochen. Pole wird geleert. Tch. Das Kibblei braucht ja ewig, ey. Heute, wenn du in der Base bist, guck dir mal bitte den Twitter, Mann. Der ist jetzt fertig. Ja, ich krieg mir gleich. Gündow. Hast du die Metworks A-Seite unten mit den Ringen gemacht? Nö, die Ringe hab ich nicht. Dann mach oben drauf noch die Ringe. Das sind noch keine Ringe, das sind viereckige. Dank Beetle ist die Tür zu. Mach ein Quattro Cop da draus. Nee. Ist die Tür nicht zu? Nee, war ein bisschen. War doch irgendeiner drin, der das nicht nennen soll. Der Dank Beetle hat einen eigenen Raum. Der steckt nicht in Käfig. Nein, der ist bei den Blumen mit drin. Alter, wir machen hier keine Massentierhaltung. Pfff. Mann, ist ein Käfig. Lika hat da noch keinen neuen Dank Beetle mitgewogen. Ich hab doch dir auch einen gegeben. Ein neuer. Noch einer. Der braucht einen Freund, der ist so alleine. Geh mal weg mit deinen alten Olga. Ja. Olga. Guck mal, wie da einfach über das Glas drüber läuft. Ich hab doch krass. Ja, aber in den Komposten hier. Ich warte bei der Sumpfhülle, ne? Mit Tulakuleo, ich pass auf mich auf. Gribes, hast du dein Taura zu? Hat einer schon einen gebaut? Wir sind gleich in der Base, dann kann ich dir einen down. Ich frag mich, was... Also in dem einen Tresor sind Teile drin, da muss man nur sagen, was noch fehlt. Ich frag mich irgendwie, was ihr alle geskillt habt, dass ihr keine Endgame Points übrig habt. Da frag ich mich irgendwie auch. Ja, levelt noch. Okay. Molter? Naja, ich bin schnell genug, da geh ich schon durch. Ja, ich wart auf dich. Gribes, was fällt. Handschuhe, Brust... Fällt zuerst. Ach, Brusten, Handschuhe, Schuhe. Handschuhe gibt's nicht. Nein, ich brauch Perle. Ohne Perle geht nix. Oben. Alter, wie schnell ist dein Kacksaver, Molter? Okay. Schnell? Geht ja noch. Molter ist halt auf einem Säbler. Nein, nein. Ihr meint wahrscheinlich mein, der zuhause ist. Wahrscheinlich hat er nicht gerade weggeparkt. Der wird auch noch schneller, Brusten. Ja, ja, ich mach mir n Tresor auch. So, was für ihn? Ja, ja, ja. So, was für ihn. Das war es hier. Was für ihn. Das war es so. Ich hab dir eine Kacksaverung. Schnell. Vielen Dank.